Eine edle Business-Limousine oder eine waschechte Fahrmaschine? Der Alpina B5 ist beides, ein Gentleman im Maßanzug, der auf Knopfdruck zum Kraftathleten wird. Schub ohne Ende und dabei immer das Wohl des Piloten im Sinn. Und der kommt aus dem Staunen nicht heraus. 2,10, 2,20, 2,30, knapp 2,40. Also Regelsysteme sind weg. Wir haben jetzt alles auf Maximum Sport. Die Hinterachse steht ja wie Bombe. Die will ja nicht einmal. Der zuckt nichts. Die Hinterachse steht. Jetzt habe ich mal ein bisschen was gemerkt. Jetzt gerade war was. Jetzt auch. Okay, gut. Geht doch. Das liegt aber daran, dass die Reifen einfach unheimlich viel Grip haben. Und erst jetzt, wo wir am Parkhofen intensiv gefahren sind, der Reifen warm wird, also vielleicht auch schon ein bisschen heiß wird, erst dann hat er angefangen, wirklich auch vom mechanischen Grip ein bisschen nachzulassen, der Reifen. Und dann kam auch dann der erste kleine Heckschwenker. Aber so die Auslegung generell, ja doch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du mit dem Auto hier so auf Schnee und Eis oder so auch ein bisschen schön quer fahren kannst. Verantwortlich für den Grip sind die 2,95er Pirellis auf der Hinterachse, die speziell für Alpina entwickelt wurden. Vorne krallen sich 2,55er in den Asphalt. Im Sportmodus zeigt der W5 eine zweite Persönlichkeit. Natürlich, weil das Auto einfach doch nochmal fahrdynamischer wird. Der Motor spricht besser an, das Auto rollt viel weniger, das Auto ist dynamischer, die Lenkung ist sportlicher. Also jetzt muss ich sagen, ja, fährt er sich schon richtig schön dynamisch. Obwohl das gar nicht die supersportliche Botschaft ist von ihm, ne? Braucht man dann überhaupt einen Sportplus-Modus? Doch, nö. Alleine schon, weil ich mich daran erfreue, wenn ich jetzt hier von den normalen, sehr schönen Bild mit den blauen Instrumenten, sieht echt schick aus, drückt Fatti den Knopf, plüpp und dann kommt hier dieses böse, böse Grün mit dazu und dann sieht es direkt viel sportlicher aus. Ja, das ist schon, das ist schon wert. Also, sieht klasse aus. Gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020